Hallöchen ihr Lieben zu einer neuen Folge von Forest of Drizzling Rain. Suga hat uns ein ganz, ganz nicht köstliches Essen zubereitet, aber ich glaube wir gehen jetzt mal zu ihm hin und sagen ihm, es hätte lecker geschmeckt. Äh, ach stimmt ja der Teller. Achso, natürlich, müssen wir natürlich abräumen. Den haben wir jetzt aufgenommen. Danke für das gute Essen. Oh, die beiden sind so süß, ich mag die. Hä? Wieso fühle ich mich so nostalgisch? Ich hatte schon die Idee, während der Aufnahmepause, vielleicht sind das ja die beiden, die sich ein Versprechen gegeben haben, weil es heißt ja, also, Mo-mo-zugs-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak. Ah, ich weiß, ihr Namen nicht mehr hatte ja gemeint, dass sie im gleichen Alter sind. Könnte ja passen. Ah, ist nichts, alles in Ordnung. Nein, ähm, nur das Sugak-San-Rost. Sugakun, bist du dort? Ich bin es, Mochizuki. Ah, der Officer. Officer Mochizuki? Bitte, öffne. Ist Sakuma da? Oh oh, Sakuma. Das war das Mädchen. Und so ist Sakuma immer noch nicht nach Hause gekommen. Es scheint, es sieht so aus, als würde der Regen heute Nachmittag bzw. heute Abend weiterfallen. Und so kann es natürlich ganz schön gefährlich werden. Aber das ist richtig. Sie ist hier ja schon mal rausgegangen. Das ergibt keinen Sinn. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Sugakun, verzeih mir, aber wir würden gerne um das Haus herum und hier im Haus suchen. Also könntest du mir bitte die Schlüssel leihen? Tut mir leid. Ähm, wenn es für euch in Ordnung ist, dann würde es mich freuen, wenn ihr auch helft. Klar. Ist doch wohl Ehrensache. Wenn irgendetwas geschieht, erzählt es mir. Oder sagt mir Bescheid. Passt wahrscheinlich besser. Ich muss auch suchen. Tun nicht. Nein, ich werde suchen. Ich mache mir Sorgen. Das kannst du nicht. Aber du kannst doch nicht von mir erwarten, nichts zu tun. Dann geh nicht in den Wald. Hm, okay. Das kann ich wohl machen. Beschützen. Protective Charm. Also beschützen. Da ergibt uns jetzt anscheinend was. Oh, Kette erhalten. Das ist ja die Kette vom anderen Tag. Ach, stimmt ja. Der Nachtglühstein, der Night Glowstone, ist ja so eine Art beschützendes Amulett in diesem Dorf. Danke. Oh, das ist so süß. Ich bin echt gespannt. Die müssen eine Verbindung haben, ganz sicher. Okay, also. Wo könnte sie denn sein? Ich bezweifle, dass sie hier irgendwo ist. Ich fürchte ja, also ich könnte mir vorstellen, dass sie überhaupt nirgendwo hier im Haus ist. Aber naja, wir schauen uns mal um überall. Hier ist sie nicht. Was haben wir denn da? Sie hier vielleicht? Könnte mit dem Schlüssel geöffnet werden. Na, dann tun wir das doch. Das scheint sie aber auch nicht zu sein. Perflex. Wir gucken erst mal nach. Falls nötig, kann ich natürlich auch nochmal genauer untersuchen. Dann die einzelnen Räume. Ah. Hab dich gefunden. Oh oh. Nichts Besonderes hier. Ist hier überhaupt... Nein, 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 nein. Nicht wieder aus Versehen lesen. 100 Seiten wieder. Okay. Irgendetwas hat mich gefunden. Ich glaube, die Bedrohung wird schlimmer. Was auch immer das ist. Ja, wahrscheinlich der, der, die das Kotori obake. Kann mit dem Schlüssel in der Hand geöffnet werden. Oh oh. Erinnere... Erinnerst du dich an das Versprechen? Oh oh. Nein. Das Diary. Ich hab's gelesen. Nein. Schnell wegdrücken. Kennen wir ja schon. Okay, hier ist der Officer. Dieser Typ ehrlich. Wo ist sie hin? Auch dieser Satz ist seltsam. Oder er meint das Mädel. Das stimmt. Wo ist sie nur hin? Wenn irgendetwas geschieht oder du etwas erfährst, erzähl es mir. Sakuma. Das geschieht häufig mit ihr, also mit Sakuma. Wenn das geschieht, müssen wir uns um sie kümmern. Tja, Sakuma scheint gewisse familiäre Probleme zu haben. Und was die Schule anbelangt... Naja, ich sag mal, es gibt einige Dinge, mit denen sie nicht besonders gut klarkommt. Auf jeden Fall scheint das Wetter heute nicht gut zu sein. Und es bereitet mir Sorgen, dass sie nicht hier im Haus ist. Das stimmt. Wir müssen sie schnell finden. Sie tut gefährliche Dinge, aber sie ist kein böses Kind. Wirklich. Oh, er ist wirklich lieb, ne? Und was ist mit Zuga? Ich wurde nicht in diesem Dorf geboren, also kenne ich ihn nicht wirklich gut, aber... Er ist schon eine ganze Weile der Manager. Er scheint mit dem alten Mann zusammengelebt zu haben, dem dieses Haus gehört hat. Und Moshisuki? Wenn irgendetwas geschieht, lass es mich wissen. Oh, okay. Er hat nichts über sich zu... Nein! Ich klicke einfach zu schnell, es tut mir leid. Okay. Jetzt nicht klicken und über dieses Dorf. In diesem Dorf ist nichts. Oder hier sollte zumindest nichts sein. Es scheint, dass vor einer ganzen Weile viele verloren gegangen sind oder verschwunden sind. Ich weiß nicht, ob es Verbrechen waren oder Selbstmorde, aber deswegen wurde die Straße in den Wald hinter diesem Haus geschlossen. Vielleicht deswegen gibt es keine Menschen, die in den Wald gehen. Das ist einfach ein bisschen gruselig. Wir müssen es da komisch schnell finden. Ja, okay. Wir geben uns ja Mühe. Okay, hier scheint es nichts zu passieren. Mal gucken, ob hier... Ich will endlich da entlang, da rechts. Hm, hier. Keine Fluchtmöglichkeit. Oh! Oh nein! Ein Stromausfall! Oh nein! Das kann nicht gut sein. Hier kommen wir immer noch nicht lang, oder? Nee. Ich glaube, ich gehe mal nach unten. Das wäre wahrscheinlich am besten. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Ähm. Da an dem Bild. Oh, das sind mehrere alte Fotografien von Ogami-Sama. Ach, du Scheiße. Komm und erfülle dein Versprechen. Ich warte. Mit diesem Kind. Nein, verdammt. Der Kotori Obake hat Sakuma entführt. Upsilein. Okay, wir folgen mal der Spur. Oh, oh. Ah, bestimmt da hinten, wo dieses komische Ding war. Diese Lampe oder was auch immer das war. Ich muss mal kurz speichern. Was mache ich hier eigentlich? So ganz ohne speichern. Da war ein Geräusch. Okay. Ach, da ist sie ja. Es geht nicht auf. Es geht nicht auf. Es liegt am Inneren. Oder an wem da rin. Sakuma-chan. Alle suchen nach dir. Also, wollen wir zurück? Oh. Das war rot, die Schrift bei ihr eben. Sie ist bestimmt besessen oder so. Warte. Ah, okay. Ich dachte, vielleicht kommen wir da jetzt ran. Sie wollte etwas haben, was da drin war. Okay. Oh, nein. Ich habe eine ganz üble Vorahnung, dass wir jetzt in den Wald gelockt werden. Ja, wir gehen raus. Okay. Wo müssen wir denn lang? Äh, hier runter komme ich nicht. Äh, vielleicht da lang? Oh, er sucht gerade im Garten. Wie cool. Und wir begeben uns auf die Rückseite des Hauses. Das ist nicht gut. Der Eingang in den Wald ist verboten. Verboten! Wir gehen trotzdem. Uh. Was ist das? Ein riesiger Stein, der blau scheint. Okay. Das ist schon die zweite Warnung quasi. Oh, was. Oh. Hä? Was ist das? Hab dich gefunden. Hä? Oh, oh. Versprechen. Versprechen. Ii! Oh. Hahaha. Ein dummer Gegner. Ui! Ui! Hä? Oh, verdammt. Ob wir häufiger gejagt werden? Hä? Dieser Ort ist... Äh? Wo sind wir hier? Äh, und was zur Hölle war das da hinten? Komm! Komm! Ah! Ich muss... Ich muss weiter. Kann ich da denn? Da ist da... Da ist kein Ausgang. Was ist denn das da? Das können wir doch 100 pro mitnehmen. Eine verrostete... Sichel ist hier hingefallen? Kann keine Sichel sein. Das ist doch so ein... Wie nennt man das denn? Ein Haken-Ding ins... Nee, wie... Ach, ich komm jetzt. Die Tür scheint sich öffnen zu lassen. Ein Stein, der vom Staub schon ganz dreckig ist, wurde hier eingeschreint. Also auf einen Schrein quasi gelegt. Also als wäre es ein wertvoller Stein. Kinder dürfen das nicht berühren. Denn die Anzahl an Steinen ist begrenzt. What? Da ist ein großer Riss in der Wand. Als wäre es gerade erst von der anderen Seite repariert worden. Man spürt den Windzug dadurch. Da scheint etwas auf der anderen Seite zu sein. Ha! Sehr gut. Haben wir clever kombiniert. Ja, ist ja klar. Wie immer in diesen Spielen. Das ist leider kaputt gegangen. Wir können es nicht mehr benutzen für andere Rätsel. Oh, na dann. Oh mein Gott, da ist eine Höhle. Na toll. Ah, okay. Wir gehen rein. Oh, oh, wow, wow. Oh, wow, wow. Ich speicher. Hä? Ach so, das geht immer tiefer. Was sind das denn für Geräusche hier? Was ist das überhaupt für ein Ort? Das ist ja voll gruselig. Ah, wo die abgebaut haben. Die Kristalle. Das sind diese Minen. Ah, hier ist nichts Besonderes. Das ist nur der Geruch von verfaulenem, ähm, Obst, wollte ich gerade sagen. Holz und Staub. Okay, ist da was? Ne, ist das gleiche? Oh, da ist ein Schlüssel und auf dem steht Prison Key One. Hä? Also ist das hier doch ein Gefängnis. Okay, Obtain. Ich hasse diesen Ort. Fort mit dir. Geh sterben. Oh, scheiße. Okay, die scheinen häufiger aufzutauchen, aber ich glaube, die bleiben immer nicht lange. Ich gucke mal, ob der noch da ist. Ja, ja, er ist noch da. Okay, wir gehen da nicht mehr rein. Das ist ab jetzt tote Zone für uns. Was ist denn das da oben? Scheiße, ich weiß nicht, ob ich mich dem nähern will. Oder ist das einfach nur... Ganz siruppig. Mein Körper ist so siruppig. Gib es zurück, gib es zurück. Okay, also du willst Sirup? Oder was? Ich gehe hier mal rein. Oh Gott, ist das gruselig. Okay, hier riecht es nach Rost und ein verfaulender Geruch, die sich miteinander vermischen. Konfiszierte Items ist versperrt. Aha. Uh, und hier sind es noch die Überreste von einer roten Flüssigkeit, die weggewaschen wurde. Oh, etwas ist da reingefallen. Ein kleiner Knochen einer Person? Ihhh. Es schmerzt, es schmerzt. Alter, was geht denn hier ab? Schnell, komm hierher! Ich muss das doch nur nehmen! Crafted Nose! Ah, okay, nein, 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 Sekunde mal. Äh, das laden wir neu. Äh, hab ich jetzt schon... Ja, wir haben den Schlüssel, okay. Dann werden wir zusehen, dass wir da nicht rangehen, ähm, bevor wir nicht diese Sache da eingesammelt haben, die da liegt. Wobei ich nicht weiß, ob dann auch etwas erscheint. Crafted Nose, also eine Nase? A nose crafted vom Klau? Eine Nase, die aus, äh, Stoff, ähm, nachgestellt wurde, also hergestellt wurde? Das verstehe ich nicht. Okay, wir gucken uns hier die Sachen erstmal an. Also ist das quasi tatsächlich eine Schutz, die Kette und die Be... Äh, da ist ein zerdrücktes, halb getrocknetes, schwarz-rotes Ding im Inneren. Okay, aber sie scheint es nicht mitnehmen zu wollen. Vielleicht ist da auch besser so. Was ist da drin? Rostige Klingen, wie Macheten. Und hier? Und da sind rote Lumpen. Ne, Lumpen sind, glaube ich, eher Brocken auf dem Tisch. Also wahrscheinlich Fleisch. Aber wir müssen doch irgendwann wahrscheinlich hier wieder ran, oder? Okay, ich sag euch mal was. Wir gehen da jetzt erstmal gar nicht ran und holen gar nicht diesen Knochen raus. Wir gehen erstmal wieder hier entlang. Und dann gucken wir da oben. Oh je. Wir müssen hier aufpassen mit dem... Oh! Wir müssen hier aufpassen mit dem Speichern. Wirklich, ne? Wir müssen relativ häufig speichern. Ah, wir können den Schlüssel hier benutzen. Okay. Das ist ein Gefängnis. Da sind die Knochen einer Person. Oh ja. Tolles Geräusch. Oh, hier ist ein Loch. Etwas ist in das Loch gefallen. Oh, Holzschlüssel erhalten. Schnell weg! Hä? Aber es klingt immer noch. Da ist immer noch was drin, aber mit meinen Händen komme ich da nicht ran. Ah, alles klar. Ähm. Ich probiere mal kurz, ob wir vielleicht... Äh. Ich hasse dieses Ding, was da ist. Äh. Ob wir vielleicht diese Kiste damit öffnen können. Ja. Pfeiler? Okay, ich gehe schnell raus, bevor hier dieses Ding wieder erscheint. Ah, damit kann man etwas abschneiden. Etwas, das nicht sehr stark ist. Also eine Pfeile. Ich wusste gar nicht, dass sie im Englischen Pfeiler heißt. Hi! Ah, ich Idiot! Ich hoffe, wir müssen nicht da oben links, ne? In die Ecke. Meint ihr, ich soll das mal ausprobieren? Ich weiß es nicht. Ach, Kacke! Eine menschliche Puppe wurde hier gelassen. Da fehlt Auge, Nase und Mund. Auf der Kleidung der Puppe steht Scapegoat Doh. Mann, das fühlt sich irgendwie nach einer sehr realistischen Puppe an. Das finde ich gruselig. Ah, lalalalal. Okay, jetzt ist ein Stein kaputt gegangen. Ich weiß nicht. Oh, Leute. Hm, ich weiß nicht, ob wir zurückkehren sollten und das nochmal neu machen sollten. Ach, je. Wir müssen auf jeden Fall, glaube ich, noch an diese Puppe. Wir müssen der ganz bestimmt hier diese Einzelteile geben. Wenn wir die alle haben. Weil wenn ihr die Einzelteile fehlen, ergibt das ja Sinn. Aber vielleicht kriegen wir irgendwie das beste Ende, wenn wir keinen der Steine an der Kette verlieren, wisst ihr? Uh, das ist ja jetzt eine schwierige Entscheidung. Da muss ich aber ein ganzes Stück zurück, ne? Wenn nicht, schneide ich das kurz raus. Ich weiß aber nicht, wo wir zuletzt waren. Oh nein, das stimmt ein ganzes Stück, oder? Okay, ich mach das schnell und schneid das raus, okay? Okay, ich will auf keinen Fall, also da müssen wir einfach besser speichern. Und dann kriegen wir das auch hin. Okay, dann sehen wir uns sofort wieder. So, ihr Lieben, da wären wir wieder. Es lässt sich gar nicht vermeiden. Also wir müssen das Ding heraufbeschwören, weil wir ja den Schlüssel brauchen. Aber zumindest habe ich jetzt wieder alle Steine im Necklace. Und jetzt sind wir einfach vorsichtiger und passen ganz doll auf. Und gehen dann jetzt erstmal nach links. Genau, das hier ist der neue Speicherstand. Ich habe nochmal ganz, ganz, ganz schnell gespielt. Oh Gott, hier ist ja nur noch eine Tür. Was? Die Tür ist versperrt. Ah, okay, die Pfeile können wir benutzen. Na, dann ist ja gut. Ich dachte schon, was machen wir denn dann jetzt? Da wäre mir echt nichts mehr eingefallen. The jail there is a... Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt ein Loch geöffnet. Aber natürlich ist die Pfeile kaputt gegangen. Ach, du Scheiße. Ich habe geboren. An diesem sirupartigen Ort habe ich geboren. Inmitten von Schreien. Ich habe... geboren. An diesem gruseligen Ort gibt es unzählige Wesen, die da in der Mitte sich bewegen. Alles klar. Jetzt bin ich geschädigt für alle Zeiten. Ich gehe mal hier kurz hin, ja? Ah, ein Mund. Okay, danke. Genau das habe ich gesucht. Ich gehe dann nochmal raus. Oh Gott, ist das krank. Wir speichern hier nochmal drüber und dann versuchen wir uns ein bisschen noch genauer umzusehen. Was haben wir denn da? Okay, da ist ein altes, vergibstes Papier, auf dem steht Say, 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 Say. Ach so. Übersetzungsnotiz. Okay, Say wird... Also das Symbol für Say wird hier vermutlich genutzt, um zu sagen, wie oft genutzt wurde eine bestimmte Art von Service. Aha. Und hier? Flaschen und Medizin. In der Flasche ist eine Art schwarz-rot-sirupartiges Flüssigkeitszeug. Ah, das gehen wir mal dem Wesen zurück, ha? Da ist auch so ein kleines Holz... äh Quatsch. Äh, Knochenartiges Ding im Inneren. Okay, tschüssi. Ich habe euch anliebt. Oh, ich will nur weg. Okay. Ich speichere nochmal. So, mein Lieber. Ja, ich habe hier was Sirupartiges. Ich würde dir das geben, wenn du willst. Mein Körper, mein Körper. Die Flasche ging kaputt. Glücklich. Ja, da ist etwas zurückgeblieben. Ein zerkrümpeltes Stück Papier. Ein zusammengekrümpeltes Stück Papier. Da steht etwas drauf. Hier steht etwas. Ah, Japanese Numbers. Achso, okay, danke, ja. Das brauchen wir natürlich, weil das wahrscheinlich der Code für das Schloss ist. Ähm, welches... Okay, das sieht... Jetzt ist die Frage, welches soll denn das darstellen? Das hier wäre... Also, das Grüne ist vermutlich, denke ich mal, sieht am ähnlichsten der Sechs, oder? Und das hier, wenn man das jetzt zusammendingsen würde, wäre es am ehesten die Fünf. Oh je, mi, nee. Wenn nicht, muss ich das nochmal in Ruhe entziffern? Und das Blaue... Pfff, gute Frage. Das ist ziemlich wenig. Ach, das müsste die Sieben sein, doch. Das ist bestimmt die Sieben. Naja, ich probiere es einmal aus und ansonsten gucke ich mir das in Ruhe an und dann löse ich das schon. So, gucken wir mal. Das Grüne müsste eine Sechs sein, wenn mein schnelles Zusammensuchen hier korrekt war. Ne, Quatsch. Doch, genau. Und sieben? Na? Nee, war inkorrekt. Naja, ich gucke mir das nochmal in Ruhe an. Ich glaube, man muss die so übereinanderlegen gedanklich. Und dann hat man den Code. Das kriegen wir schon hin. Na gut, meine Lieben. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Forest of Drizzling Rain. Ich bin gespannt. Das wird ja jetzt total abgedreht, aber ich finde es cool. Es gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, euch auch. Oh, ups. Jetzt wäre ich fast vom Stuhl gekippt. Okay, also, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.